Kaufmacher ist Experte für die Renovierung von Haustüren, Fenster, Rollladen und Rollladenkästen sowie Schaufensteranlagen. Besuchen Sie unsere Ausstellungen in Bielefeld und Reda-Wiedenbrück. Wir führen ausschließlich hochwertige Produkte made in Germany. Unser Betrieb bietet ein vielseitiges Produktportfolio und richtet sich nach Ihren Wünschen. Wir sorgen für eine einwandfreie Fenstersanierung sowie auf Wunsch eine energetische Rollladenkastensanierung. Profitieren Sie von einer optimalen Energieeffizienz und einem umfassenden Einbruchschutz. Kaufmacher führt auch eine große Auswahl an Haustüren. Finden Sie Ihr individuelles Design. Wir haben die perfekten Fenster, Türen, Rollläden und Co. in unterschiedlichen Farben und Dekoren im Sortiment. Wir beraten Sie vor Ort und machen Ihnen ein unverbindliches Angebot. Unser Team ist Ansprechpartner für jegliche Lösungen zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Sicherheit in den eigenen vier Wänden spielt eine große Rolle. Wir unterstützen Sie bei Renovierung und Komplettsanierung. Unsere Produkte sorgen auf Wunsch für den maximalen Einbruchschutz. Kaufmacher steht für den besten Service im Raum Bielefeld und Räder Wiedenbrück.